Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren SCP-Episode. Ja Leute, es haben sich viele, viele gewünscht, ich soll wieder etwas zur SCP bringen. Und deswegen gucken wir uns heute etwas zu SCP-242 an. Das soll nämlich eine Art selbstreinigender Pool sein, der alles zersetzt, wenn man sich da reinsetzt. Und zwar schauen wir uns heute an. Der selbstreinigende Pool SCP-242 beseitigt Menschen. Auf dem Kanal von SCP-Chroniken. Wir schauen natürlich rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und let's go! Ein Vorort von Al... wie heißt es? Albuquerque, New Mexico. Vor sechs Monaten. Da will dir ein bisschen Spaß. Komm, ich zeig dir etwas. Okay, ich hoffe du zeigst dir jetzt nicht einen richtigen Hasen, ne? Wo bringst du mich hin? Du weißt schon wo. Ich glaube, in einen geheimen Ort. Oh, das ist ein Pool. Warum hat mir niemand gesagt, dass es hier einen Pool gibt? Es ist irgendwie seltsam. Na los, worauf wartest du? Kommt mit. Das Wasser ist einfach fantastisch. Okay. Whee, let's go. Ja, das ist doch nichts verwerblich. Das ist ein normaler Pool. Der ist viel zu sauber. Niemand nutzt den. Und das Wasser ist warm. Da kann doch gar nichts. Nein, das ist doch alles super mit dem Pool. Entspann dich. Es ist nur ein Vakuumgerät, das sich einschaltet. Findest du es nicht seltsam? Ist das nicht super seltsam, dass ein Vakuumgerät sich in einem Pool einschaltet? Das ist nicht normal, oder? Ist es das Vakuumgerät? Also ja, es gibt immer Abfluss und Zufluss, ne? Frischwasser kommt rein, dreckiges Wasser kommt raus, aber... Dass alles hier funktionieren kann, wenn es auf dem Campingplatz keinen Strom gibt? Oh. Vielleicht ist es ein verfluchter Pool und der macht Jagd auf Menschen. Verdammt! Billy! Dass da einfach so ein Sound-Effekt gefehlt hat, war einfach geil. Der Pool, und der macht Jagd auf Menschen. Oh, verdammt! Diese super realistische Welle. Die macht es ja auch noch besser. Billy, wo bist du? Das war ein Problem. Du Idiot! Das ist nicht lustig. Jetzt reicht's. Hör auf mit deinen dummen Streichen. Was zum Teufel ist das? Boah, Bruder hat in den Pool gemacht. Der Bray hat in den Pool gemacht. Es brennt. Fett am Traumscher schnell. Billy, lass mich nicht allein. Ah, Hilfe! Und der Pool hat die beiden Menschen gefressen. Erst macht er sich noch lustig darüber. Und dann passiert das einfach. Wie nennt man das, meine Damen und Herren? Schreibt es in die Kommentare. Karma! Das ist dickes Karma! Karma! Wie kann sie schreien? Sie ist doch unter Wasser. Na gut. Ich freue mich auf die Folge. Wird interessant. Albuquerque in New Mexico. Das ist schon so lange her, dass ich hier war. Wie sagt es mal? Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque. Sag es dreimal hinterher. Fünf Jahre, glaube ich. Und genauso lange habe ich nichts mehr von meinem Vater gehört. Bis gestern Abend. Ein Deputy Sheriff rief mich an. Wie heißt er noch? Berkley. Und er sagte, mein Vater sei verschwunden. Ich weiß nicht, was der alte Teufel getan hat. Aber ich musste zu ihm kommen. Mike Bishop? Ja, guten Tag. Ich bin Deputy Sheriff Tom Berkley. Lassen Sie uns reingehen und uns drin unterhalten. Es ist seltsam, nach all dieser Zeit hier zu sein. Redet er oder war das... Nee, das war seine Gedanken, ne? Das sah halt nur aus, weil er hat geredet. Aber wir nicht gehört haben, was er dann gesagt hat. Hatten Sie irgendeinen Kontakt zu Ihrem Vater? Wir haben uns nie nahe gestanden. Und vor ein paar Jahren haben wir komplett aufgehört zu sprechen. Irgendetwas Ernstes? Nun, wissen Sie, die Baufirma bot an, das Haus zu kaufen. Aber der fiese alte Mann lehnte kategorisch ab, obwohl das Geld sehr gut war. Egal wie sehr ich versuchte, ihn zu überreden. Er blieb stur. Dann habe ich ihn zum Teufel gejagt und bin ins Zentrum gezogen. Und was ist passiert? Das ist noch unklar. Er lebt in letzter Zeit allein. Er hat in einer Fabrik gearbeitet und verschwand vor einem Monat. Ein Nachbar, Mr. Williams, hat den Alarm ausgelöst. Wir haben uns im Haus umgesehen, aber nichts Verdächtiges gefunden. Wissen Sie, wo er sein könnte? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Okay, wir werden... Also nochmal um die Sache mit dem Haus, das er kaufen wollte. Wenn er immer Nein, Nein, Nein sagt, ja, dann muss man es akzeptieren. Wenn man sagt, es ist unverkäuflich, weil das Geld, das man für diesen Hausverkauf bekommt, das macht einem nicht glücklich. Es ist ja so. Es gibt ja Leute, die sagen, um kein Geld der Welt würde ich das Haus, wo meine Kindheit aufgewachsen ist, für Geld verkaufen. Dann gibt es halt Leute, die denken pragmatisch, können sich von Sachen verabschieden und nutzen den finanziellen Vorteil, um sich ein Haus-Upgrade zu kaufen. Da gibt es zwei Arten von Menschen. Aber es gibt auch die Arten von Menschen, die als Käufer extrem unangenehm sind und einfach keine guten Preise anbieten. Boah, was denken Sie? ...weitersuchen. Wenn Sie sich an etwas erinnern, lassen Sie es mich wissen. Ja, sicher. Das Haus steht Ihnen zur Verfügung, Mr. Bishop. Aus irgendeinem Grund war ich mir sicher, dass mein Vater nicht mehr am Leben war. Nun? Ach, wirklich? Ja gut, wenn man sich was noch nie getroffen hat, dann könnte man das ja denken. Er hat mir ein anständiges Erbe hinterlassen. Glückwunsch. Oh. Ach so, der hat es geschenkt bekommen? Ja. Na, erstmal Hausparty. Yeah, Party. Ich tanze den Käse. Griecherweise war mein guter Freund ein Immobilienmakler. Hey, Sally. Hi, Kumpel. Wie geht es dir? Ja, es gibt das noch. Hör mal, tu mir einen Gefallen. Kannst du kommen und das Haus bewerten? Ja, das, von dem ich dir erzählt habe. Gut, dann warte ich morgen auf dich. Der Schlüssel wird unter dem Gartenzwerg liegen. Verdammt. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt klaue ich dein Haus. Was ist das? Ein Pool. Es ist der Pool. Es ist der Pool. Moment. Da ist ein Zaun mittlerweile dahinter. Oder ist es... Es ist der Pool. Nur ist es dieselbe Location. Als ich abgehauen bin, gab es hier einen Basketballplatz. Wann hat mein Alter es geschafft, hier einen Pool zu graben? Er hat es offensichtlich aus Bosheit getan, weil er... Genau. Das ist auch die logische Schlussfolgerung. Wie kann er es wagen, bei meinem Haus, das ich erbe, einen Pool zu bauen? Er hat es aus Boshaftigkeit getan, weil er mir einen Pool schenken wollte. Und ich bin allergisch auf Wasser. Genau, das war es. Wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich. Wusste, dass ich Angst vor Wasser habe. Nein, das war wirklich... Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich habe einen Witz gemacht. Okay, nicht allergisch, aber er hat Angst. Er hat es aus Boshaftigkeit getan, weil er wusste, dass ich Angst vor Wasser habe. Ja, nee, natürlich. Er kannte dich auch so gut. Ihr habt euch ja richtig krass verstanden. Du hast selbst gesagt, ihr hattet keinen Kontakt zueinander. GG, wie soll er denn wissen? Ah ja, natürlich. Lesen wir mal die Akten durch. Aha, hat Angst vor Wasser. Das steht auf jeden Fall auf seinen Personalrufsweis drauf. Und deswegen baue ich jetzt einen Pool. Und dann kratze ich ab und schenke ihm das Haus, aber mit Pool. Dieser verdammte alte Mann. Ey, der Hund kann nichts dafür. Ich hasse dich. Ich sage es euch jetzt. Leute, alle in den Kommentaren. Sagt, ich mag den Typen mit dem T-Shirt nicht. Schreibt es. Oh, warte, ich habe auch ein T-Shirt. Äh, nein, schreibt es nicht. Schreibt es nicht. Schreibt es nicht. Schreibt, ich mag den Typen im roten T-Shirt nicht. Red Shirt Guy. Ich hasse dich. Dass du den Hund, der nichts dafür kann, mit dem Stein abpüffst. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich mag ihn nicht. Am nächsten Tag kam ich zurück zum Haus meines Vaters. Ich konnte es kaum erwarten, herauszufinden, wie Sally das Haus bewerten würde. Die Tür war offen. Die Aktentasche meines Freundes stand auf dem Tisch. Aber Sally selbst war nirgends zu finden. Ihr Telefon war ausgeschaltet. Es ist eine Sicherheitskamera. Guck mal, du hast ein Haus mit Sicherheitskamera. Wie? Was für ein Luxus. Das ist mein Garten und mein Pool. Na, Kollege, du willst doch den Pool nicht. Verdammt. What? Was ist das? Nein. Verdammter Mist. Wie kann das sein? Keiner wird mir glauben. Mein Nachbar wird denken. Doch. Du hast eine Sicherheitskamera. Die hat das alles aufgezeichnet. Es sei denn, die Kamera ist so richtig dumm wie in Ingame-Spielen programmiert. Schwenkt leicht nach links. Und dann nach rechts. Genau dann, wenn es passiert, ist sie nicht auf Kamera. Dass ich seinen Hund getötet habe. Und dann erinnerte ich mich an die Überwachungskameras, die mein Vater installiert hatte, als er das Haus gekauft hat. Lass mich raten. Die Kamera hat er auch aus Boshaftigkeit gemacht. Weil du Angst vor Kameras hast. Du hast Angst vor Kameramen. Dem Server wurden die Aufzeichnungen der letzten 24 Stunden gespeichert. Die Horrorvorstellung mit dem Nachbarshund hatte ich schnell gefunden. Und dann... Sally? Was zur Hölle? Was? Der ist mit Klamotten reingesprungen. Cringe. Was zum Teufel ist hier los? Tja, mein Vater ist aus einem bestimmten Grund verschwunden. Es hat etwas mit diesem seltsamen Pool zu tun. Das ist voll geil. Da kannst du ein Atomlager reintun. Du kannst da Plastik reintun. Das ist ein reinigender Pool. Wir haben das Problem mit dem Müll gelöst. Sheriff Berkley? Ich heiße Mike. Stimmt etwas nicht, Mr. Bishop? Mike. Mike, dein Name. Ich mag dich nicht, Mike. Da ist dein Hund auch noch draufgegangen. Das ist deine Schuld. Du hast den Stein geworfen. Nein, aber das eignet sich nicht fürs Telefon. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Dringend. Kommen Sie in mein Büro. Ich bin da. Die Adresse steht auf der Visitenkarte. Sie werden es nicht glauben, aber... Tja, Idiot. Du, ganz ehrlich. Wirklich. Handy am Steuer. Das wird teuer, mein Freund. Das sind zwei Punkte in Flensburg. 100, was weiß ich, wie viel Euro. Plus Unfall verursacht durch Ablenkung. Du verlierst deinen Führerschein, mein Freund. Das war's. Ich rufe sie zurück. Verdammt. Ich würde sagen, du rufst jetzt die Polizei. Oh mein Gott. Er war mit der Polizei am Telefonieren. Während des Unfalls. Verdammt. Meine Beine. Haben Sie Geduld, Mr. Williams. Ich rufe einen Krankenwagen. Bring mich ins Krankenhaus, du Idiot. Es ist alles deine Schuld. Ich habe... Ich würde sagen, das ist die logischste Option, ihn mitzunehmen und so schnell es geht ins Krankenhaus zu fahren. Das ist das Schnellste. Hat sie nicht bemerkt. Weil sie telefoniert haben, sie Idiot. Oh! Hohoho! Oh! Boah! Er hat's ihm gegeben. Er hat sogar noch gesehen, was er getan hat. Der Typ wandert in den Knast. Das ist ein grober Verstoß. Verdammt doch mal! Ja, ja, der Anzeigenhauptmeister sagt, das ist ein grober Verstoß. Der alte Kauz hat recht. Wegen ihm wäre mein Leben vorbei. Wenn doch nur... Nein. Mike, du machst das nicht. Das machst du jetzt nicht. Das machst du... Das macht er jetzt nicht. Mike, wenn du das machst... Wenn du das machst, dann hast du es gemacht. Aber wenn du das machst, dann bist du kein Macher, sondern du bist ein Lutscher. Ja, mir fiel keine andere Sache ein, die ich vor laufender Kamera sagen darf. Er ist ein Lutscher. Wenn er das jetzt macht... Wo willst du hin, du Trottel? Ich muss ins Krankenhaus. Wenn er das jetzt macht, dann macht's, oder? Was tue ich hier bloß? Ja, wir wissen, was du tust. Du bist ein Lutscher. Das ist nicht in Ordnung. Obwohl, er ist genauso nervig wie sein verdammter Hund. Gott. Du hast seinen Hund beleidigt. Mike, was stimmt denn nicht mit dir? Sie ist völlig verrückt geworden. Du hättest nicht unhöflich zu mir sein sollen. Du hast ihn überwohnt. Was für unhöflich. Du hast ihn überwohnt, Junge. Stützung der Foundation ist vor Ort von Albuquerque. Fünf Monate. Verdammt, Nina. Du studierst dieses Objekt seit fünf Monaten. Und hast nicht erkannt, dass es noch eine weitere Eigenschaft hat. Sir, es hat sich nicht in dieser Weise bemerkbar gemacht. Ich bin Nina Davis, eine Mitarbeiterin der SCP Foundation. Vor fünf Monaten entdeckten wir hier ein anormales Objekt. Einen selbstreinigenden Pool, der alle Substanzen, die in ihn gelangten, auflöste und in steriles Wasser verwandelte. Wir kauften den Campingplatz, auf dessen Gelände sich das Schwimmbecken befand und begannen es dem Nutzen der Organisation zuzuführen. Indem wir Abfälle darin auflösten, die bei der Wartung anderer Objekte anfielen. Doch heute Abend geschah etwas Unerwartetes. Einer der Angestellten, die den Pool betreiben, sprang ohne Grund hinein. Danach verschwand das Becken spurlos aus dem Kontrollbereich. What? Es ist einfach gedespawnt. Der Pool ist einfach weg. Ich hoffe, du weißt, was passiert, wenn der Pool in die falschen Hände gerät. Finde ihn, Nina. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Also, ich kann euch eins sagen, ich kann euch eine Sache beruhigen. Der Pool gerät garantiert nicht in falsche Hände. Weil der Pool nicht in Hände geraten kann. Der ist dafür zu groß. Versteht ihr? Der Pool ist viel zu groß dafür. Das geht nicht. Ich begann meine Nachforschungen, indem ich die Lokal- und Weltnachrichten verfolgte. Der Pool, der plötzlich irgendwo auftauchte, konnte nicht unbemerkt bleiben. Aber das brachte keine Ergebnisse. Dann begann ich in den Datenbanken der Polizei nach seltsamen Fällen von verschwundenen Personen zu suchen. Ein Fall interessierte mich besonders. Der Besitzer einer Fabrik verschwand nicht weit entfernt. So cool, Leute. Einfach Windows 11. Das ist einfach die Windows 11 Taskleiste. In dem Bericht fand ich die Nummer des Polizisten, der für diesen Fall zuständig war. Und unter dem Deckmantel eines FBI-Ermittlers erkundigte ich mich nach dem Stand der Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass die Polizei vielen Indizien nachgegangen war. Aber sie hatte weder eine Leiche noch Verdächtige. Ich glaube, ich habe eine Spur. Ich besuchte die Familie des vermissten Geschäftsmannes und fand heraus, dass er einen Konflikt mit einem Mitarbeiter hatte, den er kürzlich entlassen hatte. Zunächst fiel der Verdacht auf diesen Angestellten. Aber nach Befragung und Durchsuchung konnte die Polizei ihn nicht belasten. In meinem Fall hatte das noch nichts zu bedeuten. Also beschloss ich selbst, mit ihm zu sprechen. Der entlassene Mitarbeiter sagte, er habe keinen Pool und habe auch nie einen gehabt. Und auf alle Fragen zum Verschwinden des Fabrikbesitzers antwortete er, er sei schockiert über dieses Ereignis. Aber mehr hatte er leider nicht zu sagen. Nun, dieses Mal hat mich meine Vorahnung getäuscht. Tut mir leid, dass ich ihre Zeit verschwendet habe. Einen schönen Tag noch, Mr. Bishop. Ja, schön. Aber eine Sache verstehe... Oh mein Gott. Guckt euch sein Gesicht an. Also ich denke nicht, dass das ein normales Grinsen ist. Das sieht vielmehr nach einem boshaften Grinsen aus. Ey Junge. Die ganze Zeit Location Albuquerque in New Mexico heute... Ja, ich weiß, dass es dort spielt. Es gibt nämlich keinen Location-Wechsel. Wir sind ja nur in der Stadt. Oder in einem Bundesland. Ich bin bereits zur Vernunft gekommen, nachdem ich mit Mr. Williams verhandelt habe. Es bleibt alles zu beseitigen und niemand wird etwas beweisen können. Aber woher kam dieser... Ich sag's euch, er benutzt es jetzt schon als Müllabfuhr. Pool. Und dann fiel mir ein, dass mein Vater ein Versteck hatte. Vielleicht finde ich die Antworten dort. Und was ist das? Ich habe in dem Versteck ein Tagebuch gefunden. Mein Vater schrieb, dass er eines Morgens in den Garten ging und plötzlich einen Swimmingpool sah. Obwohl er abends noch nicht da war. Zuerst dachte... Ganz genau, er hat es nämlich aus Boshaftigkeit getan. Er hat sich selbst diesen Pool gebaut. Dann... ...es vergessen. Und dann hat er den Pool gesehen. Er hat es aus Boshaftigkeit getan. Es sei ein seltsamer Scherz von jemandem. Aber keiner der Scherzkekse kam, um alles aufzulösen. Dann beschloss er zu schwimmen und warf eine Luftmatratze in den Pool. Aber als er mit ein paar Flaschen aus dem Kühlschrank zurückkam, sah er, wie das Wasser im Pool die Matratze auflöste. Das war mehr als seltsam. Und Papa begann mit dem Pool zu... Nein. Nee, Mann, was... Spielt er? Er macht Experimente. Ah, ich sehe es schon. Kennst du ihn denn? Du hast doch gar keinen guten Kontakt zu ihm gehabt. Aber ja, er hat es aus Boshaftigkeit getan. Wir dürfen es nicht vergessen. Eine Woche später rief ihn der Besitzer der Fabrik an und entließ ihn. Mein Vater fand das ungerecht. Er wurde nicht wieder eingestellt. Das Geld ging schnell zur Neige. Und damit stieg auch die Wut auf den Chef. Eines Abends trank er wieder zu viel und beschloss sich zu rächen. Er entführte ihn und löste ihn im Schwimmbad auf. Ich hoffe, du hast deine Kohle vorher mitgenommen. Aber du brauchst ja das Geld. Also, was wird das denn für einen Unterschied machen? Der wird dich feuern. Du kriegst kein Geld mehr. Anstatt sich einen neuen Job zu holen. Ich zahle es dem Heim. Dem alten Knacker. Mein Vater schrieb, dass er danach anfing, verrückt zu werden. Er hörte eine Stimme, die aus dem Pool kam. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Ah, Leute. Der Song ist cursed mittlerweile. Sie rief meinen Vater zu sich. Und die Stimme wurde jeden Tag stärker. Mein Vater hatte Angst, dass es nicht aufhören würde, ehe er in den Pool ginge. Dies war der letzte Eintritt. Kill him now. Du bist an der Kipp. Der Pool nimmt irgendwie den Verstand der Menschen und zwingt sie, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Offensichtlich hatte der Pool starken Einfluss auf die Gedanken meines Vaters gehabt. Es hatte keinen Sinn mehr, weiter nach ihm zu suchen. Ich hoffe, der Vater kommt und schmeißt ihn, den Sohn, in den Pool. Natürlich für einen Familienausflug. Ist doch klar. Zum Urlaub. Natürlich. Ein Telefonanruf hat mich geweckt. Geile Folge bis jetzt. Geile Folge. Ich öffnete meine Augen und... Jetzt, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass das der Vater ist. Wenn er das macht, dann hat er es gemacht. Und dann ist der Vater nicht ein Macher, sondern ist der King. Dann ist der Vater der King des Monats. Der King des Monats. Beim Burger King. Der Vater ist dann der King des Monats. Verdammt. Wow. Wie bin ich hierher gekommen? Bin ich schlafgewandelt? Hoffentlich. Mr. Bishop, hier spricht der stellvertretende Sheriff. Geht es Ihnen? Coole Nummern. Was sind das für eine Nummer? Das ist irgendwelche... Wow. Gut. Ähm. Ja, ja. Es ist alles in Ordnung. Ist etwas passiert? Was ist mit Ihnen los? Ich warte auf Sie. Sie sagten, Sie wollten mir etwas zeigen. Verdammt nochmal. Ver... Stimmt. Er hat es vergessen. Der Idiot. Ich will alle haben, Mr. Berkeley. Ich habe nur Dinge gesehen. Es ist nichts Ungewöhnliches. Sind Sie sicher? Sie waren ziemlich aufgebracht. Ach, das geht schon in Ordnung. Hören Sie nicht auf mich. Ich muss jetzt gehen. Was willst du? Willst du mich auch auflösen? Ohne Kumpel, an mich kommst du nicht dran. Erst jetzt wurde mir klar, wie viel Macht ich gewonnen hatte. In meinen Händen befand sich ein Werkzeug, das helfen würde, den ganzen Schmutz dieser Welt zu beseitigen. Habe ich auch gesagt. Man könnte es für gute Sachen nutzen. Der Stützpunkt der Foundation. Ich wusste, dass das Wort Albuquerque jetzt kommt. Ich werde es jetzt nicht mehr so aussprechen. Ich werde es jetzt so aussprechen. Albuquerquer. Albuquerquer. Quack, quack. Der heutige Tag. Junge, das stand vor fünf Minuten schon. Heute. Jetzt steht das schon wieder. Heute. Wie kann denn heute Abend und danach morgen sein? Das geht nicht. Ein Monat verging. Ich schaute noch einmal in die vermissten Anzeigen der Polizei und sah plötzlich Mr. Bishop unter ihm. Das konnte kein Zufall sein. Ich beschloss sein Haus noch einmal zu besuchen. Ich hatte gehofft, mich in den Hinterhof schleichen zu können und war sehr überrascht, als er... Also, ich sag euch eine einzige Sache. Diese Frau ist verdammt dämlich. Ich sag euch warum. Wenn ihr wissen wollt, ob ein Garten einen Pool hat, dann fliegt mit dem Helikopter über die Stadt. Fliegt mit dem Helikopter. Oder wenn ihr leiser sein wollt, dann nehmt ne Drohne. Nehmt ne Drohne. Fliegt über die Stadt. Cayman und Flexi. Drohne überwacht Pool um drei Uhr nachts. Das ist es. Cayman und Flexi. Die müssen kommen. Mann aus dem Haus kam. Wie kann ich ihnen helfen? Ich stellte mich als Immobilienmaikler vor, der in dieser Gegend häuser kauft. Der Mann grinste irgendwie böse und willigte ein, mich hineinzulassen, um seinen Besitz zu beurteilen. Junge, er hat so richtig Bock. Also, nicht das, was ihr denkt, aber er hat so richtig Bock, sie in den Pool zu stoßen, glaube ich. Nennen sie mich Mike. Mike Bishop. Der alte Bishop hatte mich vor einem Monat betrogen. Es gab ein Swimming... Betrogen? Oder belogen? Pool im Hinterhof. Und sah unserem Objekt verblüffend ähnlich. Es bleibt nur, sich zu vergewissern und... Es scheint, dass sie sich nicht nur für das Haus interessieren. Sehen sie sich um. Entschuldigen Sie, Mr. Bishop. Ich gehe jetzt besser. Mike kam mir verdächtig vor. Stabile Frau. Sie weiß, was man macht. Sie weiß, was man tut. Oh, Mike, ich hoffe, du wirst gleich schön im Pool... Ah, braten und brutzeln. Schön medium rare. Also beschloss ich, nichts zu riskieren und am Morgen mit Verschärkung zurückzukehren. Ich ging zurück, um alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Verdammt! Nicht jetzt! Ah! Benzinleer. War das ein Weckerton? Das war ein Weckerton, oder? Zurück, um alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Verdammt! Nicht jetzt! Das war ein Digitalwecker. Du, 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 du. Braucht man einen Schlüssel? Mrs. Sie versuchen da gerade, das Auto aufzutanken, ohne den Tankdeckel zu lösen. Sind Sie denn des ganzen Willens nicht geistig kompetent? Als ich spürte, dass jemand hinter mir war, war es bereits zu spät. Es war auch bereits zu spät, das Auto zu tanken, denn der Deckel ist nicht offen, meine Dame. Oh. Tom, wach auf. Was ist denn los mit dir? Ja, ach, die Stimme. Du bist schon wach. Wie ärgerlich für dich. Steige aus. Was ist denn hier los? Also, es tut mir leid, kleiner Junge. Mike. Mike, du wirst im Pool landen diese Nacht, ja? Aber ich weiß nicht, warum du das machst, weil... Ich glaube, er hört auf die Stimme. Einfach nur, das ist es. Er hört auf die Stimme. Los, Mr. Bishop, was machen Sie da? Hör auf zu reden. Gehen Sie hinter das Haus. Ist Ihnen klar, was Sie dafür erwartet? Sie werden den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Ja. Weil ich für Gerechtigkeit sorge? Der eine hat mich um einen Kredit betrogen. Die andere ist nicht zu einem Date erschienen. Ich musste sie zum Schwimmen in den Pool schicken. Sie sind ein kranker Mistkerl. Nein. Ich befreie die Welt vom Schmutz. Zugleich entferne ich Zeugen. Der Deputy Berkeley hat sich in Angelegenheiten eingemischt, die nichts angehen. Er wird nach... Die muss jetzt ein Rückwärtssalto machen und Michael Smolik... Kick. Und dann ist alles vorbei. Ihnen baden gehen? Verdammt! Ja! Ja! Yes! Halt! Hä? Wie hat sie das gelöst? Also der Typ hat... Mr. Bishop, machen Sie Ihre Situation nicht noch schlimmer. Lassen Sie uns in Ruhe reden. Das war dumm. Das war sehr dumm. Der Pool muss fressen und er wird dich fressen. Verdammt, nein! Nein. 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 Ja! Jo! Ja! Let's go! Nach diesem Vorfall wurde ich wieder eingestellt. Ja, Mann! Rest in... Nicht Rest in Peace! Nicht mal das gönne ich dir! Nicht mal R.I.P. gönne ich dir! Ich denke, Rest in Hell! R.I.H.A. R.I.H.A.? Gibt es das? Darf man das sagen? R.I.H. Ruhe in der Hölle. So sag ich dir das. Schön am Brutzeln. Schön. Das war... Das war nice. Ich hab's gesagt. Ich hab's gecallt. Der wird im Pool landen. Der landet im Pool. Das Haus von Mike Bishop wurde von der Foundation gekauft. Um den Pool herum wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Ich leite die Operation. Geh nicht rein. Spring nicht rein. Sind wir bereit für den Versuch? Die Hauptaufgabe bestand darin dafür zu sorgen, dass der Pool nicht mehr verschwindet. Zu diesem Zweck haben wir einen Mitarbeiter der Klasse D hinzugezogen. Ah, die armen Klasse D Mitarbeiter. Eine besondere mentale Verbindung zu dem Objekt hatte. Nach all dem, was passiert war, begann er unter Schlafhandel zu leiden. Der Junge? Bitte sagt mir nicht, dass er lebt. Oh ne, er lebt noch! Spring bitte rein. Spring bitte rein. Guck. Do it! Nein! Wann hört ihr endlich auf, mich zu quälen? Jeden Tag aus Neue! Er schießt mich einfach! Nein, Mr. Bishop. Sie werden das für den Rest ihres Lebens tun. Uh. Das ist wild. Sie poltert ihn ja geisteskrank. Ist ja noch besser. Die Pool hat sie ausgewählt. Und er verschwindet nirgendwo hin. Solange sie da sind. Stabil. Nice. Leute, wir haben endlich ein Happy End. Das war doch mal eine geile Folge. Ach ja. Das war doch schön, Freunde. Das hat doch Spaß gemacht. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, checkt die SCP-Chroniken-Videos aus und haut rein. ID's raus und ciao. Das war dochentes. Ciao. Das war doch so.